Hallo liebe Modellbaufreunde, viele Grüße wieder aus meinem Modellbaukeller, heute mal mit dem Thema Pinzetten. Ich möchte Ihnen gerne mal diese Serie Touchpoint Pinzetten vorstellen, welches es doch schon eine ganze Weile auf dem Markt gibt, aber doch sehr unbekannt sind. Ich möchte Ihnen das hier kurz erläutern. Diese Pinzetten haben an beiden Seiten Griffmulden angebracht. Damit fasst sich diese Pinzette sehr gut an und man hat einen sehr guten Bezug zu dem Teil, welches man greifen möchte. Es ist ungewöhnlich doch anderser gegenüber einer Pinzette ohne diesen Zusatz. Es gibt verschiedene, hier abgewinkelt, lang, schlank, gekröpft, etwas kürzer, sehr spitz und diese leicht massiver. Und hier haben wir noch die mit einem breiteren Maul, wo ich gerne darauf hinweisen möchte, diese Pinzetten sind sehr gut, wenn ich runde Teile greifen möchte. Durch das breitere Maul fasst diese sehr gut und gerade kleine runde Teile können da nicht rausspringen. Auch für die, an die Elektronikbauer wurde gedacht, es gibt hier auch noch diese ESD Pinzette. Dieses und vieles mehr bei vormann.com